Hallihallo Hallöhle und herzlich Willkommen zu Exos Dr. Witcher 3 Wild Hunt hier mit dem freundlichen Herrn Geralt und seiner farbenfrohen Maske, da sehen wir sie ja und ich habe gerade was entschlossen ich habe was entschlossen, ich weiß nicht ob mir das gut tut ich will mal gucken, dass wir Finne ein Schiff nach Skelliger machen da ist ja kein Totenschädel mehr, ist mir gerade mal so aufgefallen, das ganze Weile schon kein Totenschädel mehr und ich will mal gucken, ja es ist zwar dann jetzt, ich habe gesagt, ich will das alles ein bisschen rauskundschaften aber ich hoffe, dass in Skelliger das Wetter besser ist Versteht ihr, was ich meine? Das ist jetzt sozusagen die Wetterflucht ich brauche anderes Wetter, ich kriege hier eine Macke bei dem Wetter das Spiel macht depressiv auf Dauer also, äh, es ist grauenhaft so, schnell reisen gucken wir mal, das wäre da oben Schiff nach Skelliger, 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 Skelliger da seht ihr es, Punkt, 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 Punkt da nehmen wir Platz des Viragen müssen da nach Westen laufen und dann sind wir schon am, 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 am Hafengebiet und können nach Skelliger so, da sind wir, gut raus ja, den Leuten geht es hier nicht wirklich gut die sind am Husten, am Kotzen, am Würgen aber so ist das hier ist noch mal eine Anschlagstar, wir nehmen wir mal spaßenhalber mit falls wir dann doch noch mal hier was machen dann haben wir zumindest die ganzen Queste angenommen okay so äh, 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 was sollte das jetzt, äh, Mann von Huren so, naja, toll reden Hauptmann wer ist der Kapitän dieses Schiffes? steht vor dir aha das tut sie ich, eine Frau, bin Kapitän so ein Scheiß, nicht wahr? naja ich muss nach Skellige nicht mit diesem Boot, mein Freund ich zahle gut die Inselbewohner leben vom Plündern anderer Schiffe will das nicht riskieren schon mal dorthin gefahren? hör zu, die Inselbewohner greifen alle Schiffe an wenn sie jemanden hassen, Nilfga zum Beispiel, greifen sie noch öfter an aber nicht so viel öfter, um die Wahrheit zu sagen haben uns einmal geändert wollten wohl sehen, ob ich auch die Eier eines Kapitäns habe nach diesem Spaß will ich nichts mehr mit Skellige zu tun haben hm, schade wir brauchen dann ein anderes Schiff der Kapitän will uns dann hinfahren hallo Hure ich glaube, ich habe nie bepisst hast du gemacht? ja hast du Glück, dass es regnet? dann wird es wieder sauber gut Matrose? Matrose oh, wir können mal mit Matrose reden weil das ist auch nur Matrose sind hier nur Matrosen? hier Hauptmann Bist du der Kapitän dieses Garns? was schert dich das? wie viel muss ich dir geben, um das Schiff zu mieten? die Völkerfrieden ist nicht zu vermieten der Schiffseigner braucht sie kann mich irgendwer in Novigrad nach Skellige bringen? du suchst also einen Irren? hey Wolfstein Spitzname Flachmann frag im goldenen Stör aha der Kerl ist ein Ziegenficker wie die Skelliger verstehen sich bestimmt gut okay exa gesucht ich habe gerade V gedrückt aber kam nicht okay muss mich jetzt nicht irritieren aber wir haben zumindest schon mal einen Hinweis dem folgen wir jetzt mal sehen wie weit es ist da sehe ich schon 50 Meter noch okay im Regen kostet es doppelte wieso? du bist doch danach gleich wieder sauber ja das macht er hin und wieder aha bist du Wolfstein? Kapitän der Atropos? was ist? ob ich Atropos? Käpt'n der Wolfstein bin? keine Ahnung man ich muss nach Skellige meine Atropos und ich wir setzen bald Kurs auf Art Skellige ab Getreide an Bord ist sowas streng gehalten hast genug Geld? 1000? naja müssen wir wohl machen hier reicht das? so schwer wie ein Bullensack wann segeln wir los? bist du wirklich bereit? du kannst ja kaum stehen pass auf Rönder Kapitän Wolfstein segelt niemals nüchtern die See schwappt in die eine Wolfstein in die andere Richtung so wird man dich seekrank bereit zum ablegen? na dann mal los dann mal los erst müssen wir was trinken auf den Wind aufs Glück und auf meine starke Atropos na super leidenlos juhu oh das war mal ein geiles Farbspiel hier muss ich gleich mal ein Screenshot vormachen? es gefällt mir wir sind auf Kajüte so sagt man ja der Rücken sieht immer noch nicht besser aus der müsste echt mal zum Hautarzt der arme Herr Geraid das ist schon nicht so toll na er lädt er lädt er lädt er lädt das ist spannend mal gucken wie es ein skelliger aussieht das siehst du mal wie sieht das Apfel aus ja wir haben jetzt 1000 Flocken investiert was ist da los? kriegt man hier noch nicht mal eine saubere Überfahrt hin oder was? es kann noch nicht wahr sein ja so ein Pirat noch ein Pirat ein Pirat duckt sich aber er deckt sich das ist noch einer ich sollte mal ein bisschen was essen sind doch eine Menge Leute weiter weiter soweit ist jetzt aha das erinnert mich gerade so ein bisschen an die Titanic ouch ja warte nu und dafür geben wir 1000 Simulions aus ja also wirklich für so eine Überfahrt also erste Kajüte ist anders einige Stunden später also wir sind so mindestens angekommen okay das ist schon mal okay und er sieht so hell hier aus in der Dianne hier wohnt ja das sollte man nicht machen verschwinde oder ich töte dich ich habe keine Angst vorm Sterben ich bin also auf Art Skellig gelandet wie hast du es rausgefunden? du trägst die Farben des Clans an Craig ihm gehört Art Skellig du warst auf der Atropos, oder? ja ich dachte der Kapitän hätte eine Vereinbarung mit euch mit uns? wen meinst du? hat er wohl eine Vereinbarung mit Lugos? aber mit Krach? nein hätte er aber brauchen können ausländische Schiffe sind in diesen Gewässern nicht willkommen was ist mit dir? was willst du hier? ich muss eine Zauberin treffen Yennefer von Wengerberg sie müsste auf Art Skellig sein in Kehr Trolde gibt's eine Hexe Krachs Gast vielleicht ist sie es, die du suchst höre ich da einen Anflug von Verachtung? gute Ohren die Leute sagen, dass diese Hexe Krach um ihren Finger gewickelt hat kommandiert jeden herum gemein ist sie dabei wie es für Hexen üblich ist du hast sie gesehen? weißt du wie sie aussieht? ja schwarz-weiße Kleider wären nicht ihre Titten sähe sie wie ein gestrandeter Wal aus auch die, die eine Frau in ihr sehen würden sie am liebsten wieder zurück ins Meer schubsen Titten oder nicht? Yennefer ist nicht so übel wenn du sie einmal kennengelernt hast ich nehm dich beim Wort du kennst den Weg nach Kehr Trolde? ich finde ihn schon geh nach Norden dann nach Westen zur Bucht bevor du zur Brücke kommst du findest den Jarl heute im Hafen deine Zauberin müsste auch da sein danke mach's gut genau schönen Tag dir wow wow das sieht nett hier aus wow wenn da so ein kaputtes Schiff ist sind da Drachen geil wir haben endlich mal Drachen gefunden ist ja mal Hammer was haben wir denn hier? ein Apfel wir haben ein bisschen was zum Apfeln wir haben den Äpfel gefunden ist ja auch mal eine schöne Geschichte wir haben einen Äpfel gefunden wow ja den geht es nicht so gut trockener Fisch ja wir sagen wir hier gerade ein bisschen Strand gut aueln äh so genannte Treibgut wow nehmen wir einfach mal alles erstmal mit hier was wir hier so mitnehmen können es ist hier sehr ergiebig ergiebig na und was schön ist dass es hier nicht regnet es ist doch toll also alleine dafür haben sie jetzt die 1000 Simons gelohnt also die hier auszugeben so 300 noch was Meter wir sollten unsere Plätze nehmen ist noch ein bisschen weiter was ich mir so komisch finde dass Plätze mitgekommen ist es ist halt ein sehr seltsames Pferdchen geile Gegend hier guck mal die Berge und so es gefällt mir wenn es jetzt so verhältnismäßig trocken bleibt dann könnte ich doch nochmal meine neue Liebe hier mit dem Spiel finden oh geil die Musik ist ja auch schöner hört euch mal die Musik an hört mal ich werde mal kurz mal meine Fresse halten hört einfach mal hin komm jetzt etwas für die Tochter Silberohrringe vom Festland aber kannst du auch eine Axt holen? wenn meine Räte was vom Festland will gehe ich auf Raubzug zeig mir lieber was du von den Inseln hast ja komm schon wenn man das mal einfach auf sich wirken lässt ist das eine schöne Geschichte ok also das ist wirklich ein interessantes Urge guckt euch das mal an wenn jemand eine Reise tut dann hat er viel zu erzählen ich muss sagen das ist wohl gerade ein sehr interessantes Urge gefällt mir ja gefällt mir wirklich und das ist nicht einfach nur so dahin erzählt nee es ist wirklich einfach Tatsache es gefällt mir gerade die Musik hier wieder so ah ja Hafen von Kertreuth langsam wir müssen zum Hafen und König Brant zum Spielen ist heute nicht der Hund scheint da ein gewisses Problem zu haben der wird heute nach gut schlafen der wird heute sehr gut schlafen der Hund ja genau Plötze du bleibst noch bitte hier stehen geh da denn hier mal zu Fuß weiter ich weiß ja nicht warum du jetzt so rennen musst wirst du nicht mal an der Zeit bei den Lebenden ist nicht mehr als ein Wimpernschlag mh 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ich möchte es aber. Oh, 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 oh. Wie grausam, so ein junges Mädchen. Birna sollte es sein, die geht. Sie haben ihr Bett länger geteilt. Das ist Ihre Entscheidung. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Wie schön du bist. Danke. Schön, dich wiederzusehen. Oh, die Grabrede. König Bran vom Clan Türsech hat seine letzte Reise angetreten. An ihrem Ende erwarten ihn unsere glorreichen Ahnen. Gemeinsam werden sie auf Beutejagd gehen. Sie werden im Lagerfeuer die Großtaten aus vergangenen Zeiten rühmen. Vorerst bleibt er in unseren Herzen. Doch eines Tages werden auch wir gemeinsam mit ihm aufs Meer hinaus segeln. Das wird ein guter Tag sein. Tja. Tja. Tja.